den dritten so lieber rampo was der alter gebracht alter kantiger stein zurück um die sache zu ende zu bringen ihr sterblichen zwerge der große rambo lässt sich das nicht gefallen erschwindet oder macht euch auf den untergang gefasst ich weiß gar nicht wie man den umsinn was wir eigentlich tun wir vielleicht hinter ihnen kommen noch in noch essen da kum das ist doch doof Was? Ah, nein, gehen wir alle! Verdammt! Ach, nein, das war nicht so einfach. Ich mach etwas, was ich jetzt vermutet hätte. Ah, nein, keine G-Mage, aber es ist auch eine Art... Warte, 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 warte... Warte, 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 warte... Ich brauche das, warte, warte. laufen da sind schon wieder neue ich will jetzt da hoch ja wir sind wieder zurück so noch voll ich bin doch doofe können doch springen wenn ich jetzt stehen bleiben bitte 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 ja ich kann vertreten mit seiner tage aber nein seine tage ist vorbei aber wo muss ich jetzt hin nein hier muss ich nicht hin wir können doch springen ich bin doch so doof ich bin so doof ich will die ganze Zeit ringsrum können wir springen aber was mache ich jetzt er trifft mich ja trotzdem das einnehmende lächeln das große rambo ist dahin der abgang des großen rambo steht nur eingeladenen gästen zur verfügung erhält sich herrn der gb ich bin von einem nur zwei Schmetterlinge das ist ein bisschen mager mit zum von Anfang nicht denn die Schmetterlinge durch die Schriftgeistung die die Immobilität doch nur untergefallen das immer war ich habe nicht gekündigt Köln bei der Zähne sind wieder da, nein! Ja, ja, komm 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 das ist doof wir haben nur wir können ja nicht essen so gut, dann gehen wir hoch ich mag kein Leben verlieren, deswegen rutschen wir einfach mal wieder hoch oh, ja, ich mag kein Leben verlieren, oh oh, oh oh, scheiße wir müssen warten, bis er seine Feuerattacke gemacht hat und die macht er jetzt komm mal los nein, nein, nein ach komm schon nein ah, verdammt grünen Rampo, scheiß auf grünen Rampo äh, wohl Schmetterlinge äh nein, Schmetterlinge, wenn er uns trifft, ist vorbei so, wir warten noch kurz, er hat jetzt seine Feuerattacke gemacht jetzt dauert das nur eine Weile und dann fängt er wieder mit dem nächsten an so wir haben noch Energie so wir haben noch Energie so oh, er hat jetzt einfach runtergebrüllt oh, mal sehen, wie er damit klarkommt der sterblichen belagegeister äh, okay achte, er hat noch viel mehr okay, die Leute brauchen wir puh okay, wenn ich das richtig habe, dann wird es mehr Hölzer einfach, oder? hallo hallo ach man, wieso, wieso können wir die manchmal kaputt machen und manchmal nicht ich was auch schiebt da schon wieder nur ein Schmetterling, ne ne, komm, 2 nein, takke, 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 nein okay, okay, jetzt macht er seine Feuerattacke, wir machen schon mal los n- nein, ach, komm schon shit wenn du das mal ein bisschen Energie voll wird, ich trink mir einen Schluck die war sein hier was ich schon voll so wie aufgepasst wir haben noch nächste feuerattacke und dann geht es hoch der große rambo hat noch offene zahlen und zuerst du wendest ja der abhang große rambo steht nur eingeladenen gästen zur verfügung haltet euch fern und jetzt kommt die ganze menge ok ok jetzt immer relativ zeitig los ich würde es los machen wenn er wieder anfängt müssen viel springen und überhaupt schaffen wir das ist ja übel ua und geh hoch geh hoch nein wieso gehen die manchmal kaputt und manchmal nicht das ist doch Prozent okay wir stehen zu müssen hier starten müssen es kann man jetzt noch mal machen und du schuld auf jeden Fall ja großer rambo ich das nicht überspringen alter kantiger stein ah ah ok ah sehr schön kein schmetterling da ach wo sind wir voll ja wieso wieso ah man ich verstehe es einfach nicht ganz ehrlich verstehe ich wie es funktioniert ach nein so wartet wieder mit seinem Feuerattacke weil er dabei ist und so wir können schon mal los wo steht er uns erst mal runter so ja 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 komm komm ich ne da wie ewig zeit her kamera kam er hat wieder auf seine feuerattacke ich verstehe es nicht jetzt dachte ich vielleicht mal an der dünnen stelle aber auch nicht er macht gott wir können alle auf einmal aufhören der große raum anbremsen bremsen 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 der band ist große rammel stück eingeladen gasten zur fügung naja kommt gut gut aber ich sitze schon besser als die vorhin in den worden waren bisher anfängt oder erwarten warten drauf dass das nächste immer anfängt. Ja! Nein! Der heilige Anfang Der große Rambo wurde geschehntet. Seid verflucht, sterbliche Höhlkauer. Der große Rambo hätte so tun sollen, es sei er nicht zuhause. Und das Fenstergeschäft? Oh nein! Scheiße! Schlüpfriger Pfad! Freigeschalten! Nein! Jetzt habe ich auch Sinn übersprungen! Ach Rambo! Was machst du denn? Entschuldigung! Entschuldigung! Und da haben wir ein paar! Und da geht sie nach oben! Sehr schön! Glückwunsch! Hätte einfach mal mit uns geredet, lieber Rambo! Was soll denn? Werde vielleicht nicht ganz so krass äh ja weiß schon ne? äh ich kann immer hier das iPhone irgendwie ein bisschen hinstellen so aber nein Rambo wollte ja lieber nur bleiben nur bleiben so jetzt können wir mal gucken wo wir noch hin müssen so dass hier ist finde ich jetzt richtig verstanden hat gibt es den Endgegner von einem Level oder so Zwischengegner auch erst er nervt nicht ich wollte gerade was erzählen äh Endgegner und Zwischengegner immer erst wenn man das Level erweitert hat so so finde ich meine Sesse bis jetzt da hoch Uhr krass das ist es geht jetzt da hoch dann geht es noch da rüber da hinten waren wir schon ich weiß nicht ob das jetzt eins oder zwei Sachen sind ah cool wenn wir den zu fliegen bringen ah wir können auf die Blätter laufen aha cool mach mal eigentlich die mach mal die Zunge aus Kollege na gut ähm wo ist denn der Weg finden sich ne Fehler ach was wollte der eigentlich von uns egal und stimmt auch hier runter gehen können wir dann da hoch nähen da muss erstmal die Feder nähen da es fehlt uns fehlt ja auch noch ein geist nicht ehrlich gesagt kein Plan wo der sein kann so hier ist die Rennstrecke wenn wir da gehen können wir da hoch ja und dann ähm die Fehler näher holen und dann wieder in fotsch Mensch hier noch was was denn das ist das denn Rampus Schatz oh was ist das denn Rampus Schatz come on gerade eben hm 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 wir müssen eine Aufgabe erfüllen und dann geht das ja auf wir müssen es noch suchen so wie das bei Super Mario zum Beispiel ich glaube ich glaube ich bin hier zum alten Menschen wie zu ihr auch so war mit Puzzleteiler aber Super Mario hat das auf jeden Fall in einigen Leveln so gemacht hätte ich auch mal wieder Bock drauf zu spielen so da hinten geht es hoch hier ist auch noch eine Blume haben wir mit der schon geredet ich weiß ja nicht wir haben nur mit einer geredet die am Eingang oder also nicht mehr scheiße die Musik so geil so ich trink mal kurz einen Schluck im Monument hallo hallo verdammt ja wie machen wir das wir es kaputt machen oder so so jetzt bin ich gar nicht mehr übergebracht ehrlich gesagt Kamera dreh dich danke entschuldigung Wollen wir den betäuben? Nö. Äh? Hm. Hä? Gut. Dann wären wir erstmal raufklettern, anstatt reinzuklettern. Aber wo ist der Weg rauf? Ich dachte, das wäre der Weg rauf. Ja, vielleicht... Raus? Nein. Da ist ein Weg. So, das ist so. Das muss ich eigentlich... Ich wollte... Da waren wir ja schon mal. So. Genau. Na, hier waren wir schon da. Wogen erweitern und wussten dann nämlich nicht, was da plötzen soll. Ich weiß doch jetzt auch nicht, wo ich hinlaufe. Ich laufe einfach. Mehr klettern. Oh, was bist du denn? Schau, ich bin's. Der fantastische Gesundheitsstrecker. Sammle uns, um deine Gesundheit zu strecken. Oh, cool. Das ist cool. Das ist cool. Ähm. Wie ist der wieder aus? Ja. Das ist ja cool. Das haben wir... Ein mehr. Ja. 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 Da geht's auch nochmal in den Tempel. Geht gar nicht nach oben hier. Oh. Ah, okay. Was bist du denn? Wir haben einen Screenshot-Wert. So. Hallo. Wer bist du denn? Hallöchen, Fremde. Ich bin Carthos. Äh, lass mich raten. Der Gott des Erzes. Ich? Ich hab keine Ahnung. Wovon du redest, Fräulein. Mein Job ist es auf den Schienen der Großwälze zu fahren. Äh. Und zurück zu bringen. Ich hab allerdings schon lange keine Schätze mehr gesehen. Äh. Wir Karren interessieren kaum noch jemanden. Äh. Entschuldige. Was hast du gesagt? Ich hab nicht zugehört. Äh. Schön, dich kennenzulernen, Carthos. Wir suchen Pages. Glaubst du auf deinen Gleisen können wir welche finden? Äh. Ihr werdet haufenweise finden, wenn ihr in mir seid, Junge. In den Schächten ist viel zu holen. Äh. Was halt davon dann mal mitzufahren? Nein. Keine Chance. Ich setze keine Fuß in diese Todesfalle. Ja. Ja. Machen wir. Aber nicht jetzt. Weil ich mit mir vorgucken. Was haben die Kanonen? Das haben wir doch schon mal. Wir haben schon mal gesehen. Auf dem Weg zum. Wow. Ganz schön windig hier um. Ja. Eine Chance. Jetzt kommen wir nicht hoch. Amt. Ja, komm, wir schummeln. Verdammt, okay. Gut. Na, 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 na. So. Tahkt. Wir kommen zurück. Wir hören Sie in Woll. Wir ziehen wohl. Wir 겁 ich mich. Aber č 폭lic. Ja. Wir brauchen noch wo. Hallo. Siemachen, wir müssen uns nicht bauen. Oh Junge. Wie wegen K�大家. bisschen Dåppenaktrige Parteitto. In Folgerm femur seems corianderr casing. Prozent dieser Reihenfolge Prozent müsste 60 Edelsteiner auf meinen Gleiszeilen bevor er das Ende erreicht Prozent ich habe schon erklärt Leute er ja noch Prozent mit Arschung zu mit ex schießt du und Mühlen zu können Also beschleunigst du oder bremst du? Äh, okay. Ah, verdammt! Äh, okay, okay. Wir werden ein paar Stellen, äh, bremten sollen. Aber es sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, guck mal. Ah, verdammt! Jörg? Au, wow, 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 wow. Jörg? Na, ich wollte den so miteinander ramben. Jörg? Ja, ich wollte den drüben kommen. Jörg? 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 Ja! Jörg? Die 60 March. was soll man eigentlich als Problemlos mannere Meter noch mal den zehn Jahre fühle ich mich wieder wie ein Junge Karren die Gleisen Prozent und ich glaube Verstaubt an Erkrankungen Ausschlag verpasst danke das er ein mit den alten Karren noch einmal so richtig Spaß vor Ort erlaubt bei Herrn Pecci Erhundschaft Korto zurückkehren so aber ich hatte mir die Kanonenkugeln auf sich und wie machen wir das hier das kann nicht sein viel und nicht weiter so machen sollen wir haben wie die Gleise laufen Hallo hier sind keine Gleise da hinten da waren wir schon was ist das was ist das die schweben in den Inseln hier was ist das ich würde jetzt einfach mal schummeln aber das ist doch ziemlich weit wenn ich so einen weiten Sprung nebenbei er lassen und drinnen kann man an der oben bewegen hier für die Kinder ist nicht die Pulsur und ganz wenig in der Runde guckten auch doof